Nach jedem Post, hier ist als erster der Kurve, hier ist es noch wunderbar, aber von außen worden schon der Rorschung ab, aber das Trio ist nicht gut da aufgefallen, hier will sich da hinten durchschlagen zu der Bank Schmetter, der Bank Schmetter, die Spielbahn Schmetter, verliert damit seinen Spitzenplatz, fällt auf den vierten Platz zurück, trägt Zorn, vor Günter Bauer, auf Platz 2, hinter Gregor Schnapp, Gregor Schnapp, der Hohle, hier ist es, Gregor Schnapp, vor Günter Bauer, Stefan Schmetter wieder im Eingriff, jetzt wieder auf dritten Platz, auf den Blitz, trägt die Zorn, Gregor Schnapp, Günter Bauer, Stefan Schmetter, Stefan Schmetter, Herr Gittor, so wie ihn es zu lieben war, immer noch ist es Gregor Schnapp, auch das ziemlich interessant ist, Stefan Schmetter, mit Günter Bauer, Stefan Schmetter hat Günter Bauer angefangen, Gregor Schnapp, Stefan Schmetter, Günter Bauer, so blieb dann